Es gab ein Leben vor dem Verpackungswahn. Es gab ein Leben ohne Plastik. Man hatte andere Materialien, man hatte Blechdosen oder man hatte Gläser. Und dieses ist ein Glas der Firma WEG, Synonym für Einwecken, Einmachen. Man brauchte dazu einen Einmachtopf, der auf Plattdeutsch WEGPOT heißt. Die Menschen haben sich damals überwiegend selber versorgt. Sie bauten Obst und Gemüse an, sie hielten ein Schwein. Aus dieser Zeit, jenseits von Müllbergen, Massentierhaltung und Mikroplastik, haben wir für euch 40 Fotos und fast 100 Textteile zusammengestellt, jeweils auch mit Metadaten versehen. Und aus dieser Zeit der Nachhaltigkeit, da sind wir ganz sicher, daraus macht ihr was Tolles. Ich hoffe, es tut mir 관 blind. Ich werde mich sehr, sehr gut hinsichtlich. Und das ist einadorer. Wie ist die Schwerpunkt einer Sp envision? máximo viel Antworten. Ich habe mich zu dir neuf. Ich habe mich geboren. Ich geboren.